Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Gemütlich da sitzen, Kerzenschein genießen, Lieder singen. Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Warten auf Weihnachten. Noch so viel zu tun. Wie soll ich das schaffen? Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Kerze um Kerze anzünden Lichter, die strahlen tief in mein Herz hinein. Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Duft von Gewürzen, von Plätzchen, Lebkuchen und anderen Leckereien umschwebt meine Nase, lässt mich atmen, lässt mich in Erinnerungen schwelgen, lässt mich Glücksseligkeit spüren. Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Zeit nach vorne zu blicken, Stern am Himmel entdecken. Hell leuchtet er, verweist auf die Krippe das Kind darin. Stirn leuchte auch uns, weiß uns den Weg. Werfe die Strahlen des Himmels auf unsere Seele, erwärme unser Herz. Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Warten auf Weihnachten. Nach vorne blicken, die Türe des Herzens öffnen, nicht in Traurigkeit versinken, Mut wiederfinden. Nach der Hoffnung greifen, die Strahlen des Sterns am Himmel einsaugen und bewahren. Das Leuchten der Advents- und Weihnachtszeiten im Herzen bewahren über das Jahr hinweg. Gott kommt uns nahe, welch ein Wunder, was für ein Glück für mich, für dich, für uns alle. Adventszeit. Zeit im Jahr, die ich besonders mag. Eine gesegnete Adventszeit wünscht euch eure Pfarrerin Veronika Mavridis. Ludmeth Zieg ist die Vierer. Ludmeth Zieg und Linge Linge Musik 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 Musik